Willkommen an Bord, willkommen zu Hause. Wir bieten für jeden Geschmack das richtige Schiff. Jedes Schiff hat seinen eigenen persönlichen Charakter und Charme. Welches Schiff Sie auch wählen, immer wird Sie an Bord zu unserer Kreuzfahrtschiffe eine Atmosphäre voller Wärme, Sympathie und Weltoffenheit umgeben. MS Albatros bietet für maximal 830 Gäste eine gekonnte Mischung aus liebenswerter Geborgenheit und heiterer Gelassenheit. Man spürt sofort die Vorzüge der Bauweise eines klassischen Kreuzfahrtliners. Auf eine gemütliche und ungezwungene Atmosphäre wird an Bord mehr Wert gelegt als auf Etikette. Die frische Seeluft lädt zu Sport und Spiel ein. Auf den acht Decks des eleganten und klassischen Ozeanliners werden Sie sich wohlfühlen. Entspannen Sie im Liegestuhl auf dem Sonnendeck oder werden Sie aktiv. Es liegt ganz an Ihnen, wie Sie Ihren Tag auf hoher See gestalten. Wie man sich bettet, so genießt man. Gerade die Unterbringung ist besonders wichtig für das Wohlbefinden. Die Kabinen sind gut ausgestattet und freundlich eingerichtet. Sie werden sich wie zu Hause fühlen. Für besondere Ansprüche gibt es den Gold-Silber-Service für die gräumigeren und umfangreicher ausgestatteten Suiten, Komfortkabinen, Junior-Suiten oder Penthouse-Suiten mit privatem Balkon. Die Captain-Suite ist die größte Kabine auf dem Schiff. Sie liegt auf dem Promenadendeck mit großen Fenstern nach vorn. Musik Nehmen Sie Platz in den Schiff. Sie schicken Restaurants Pelikan und Möwe. Hier können Sie unbeschwert genießen. Im Übrigen sind Säfte und Tischwein zum Mittag- und Abendessen kostenlos. Alle Mahlzeiten werden in einer gemeinsamen Tischzeit serviert. Wenn die Sonne im Meer versinkt und MS Albatross im Glanz zahlreicher Lichter erstrahlt, ist Showtime. In der neugestalteten Atlantic Lounge werden Sie zu spannenden Abendveranstaltungen erwartet. Musik Im Kino heißt es Film ab und in den Bars und Salons erwarten Sie mitreißendes Entertainment und beste Live-Unterhaltung. Musik Wer es sportlich mag, nutzt den Sportgarten mit Boccia oder Shuffleboard-Spielflächen, kann einige Runden auf dem Promenadendeck drehen oder das Fitnesscenter samt Sauna und Dampfbad sowie Ruhezone nutzen. Und auch im Beauty- und Spa-Bereich sind Sie herzlich willkommen. Musik Schließen Sie neue Freundschaften, entdecken Sie außergewöhnliche Orte und fühlen Sie sich in aller Welt zu Hause. Willkommen an Bord. Willkommen zu Hause. Musik Willkommen zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020